Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier ist euer Host Oliver Sparing. Hallo und herzlich willkommen zur Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Academy. Und herzlich willkommen, liebe Warni. Fast lange nicht hier. Das stimmt. Wird Zeit, dass du mal wieder zu Wort kommst. Wie geht's dir? Oh Gott, ja. Das heutige Thema ist, das habt ihr ja dann auch mitbekommen, als ihr auf die Folge geklickt habt, FOMO. Ich bin, glaube ich, etwas überfordert mit diesem ganzen Thema. Ich glaube, wir haben die Podcast-Folge noch nie so weit rausgeschoben wie dieses Mal. Es ging jetzt wirklich jeden Tag so, ah, lass mal doch morgen aufnehmen, lass mal doch morgen aufnehmen. Weil wir beide irgendwie ins Geheimwissen, das Thema ist einfach so dermaßen breit, groß und komplex. Und man kann da eigentlich eine ganze Videoserie draus machen. Und wir haben natürlich auch schon öfter mal im Podcast über FOMO gesprochen. Nichtsdestotrotz ist das Thema einfach so wichtig und hat einen so eklatanten Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg, auch von unseren Kunden, was wir immer wieder sehen, dass wir gesagt haben, wird mal wieder Zeit über FOMO zu sprechen. Was wolltest du? Ja, also auf jeden Fall kann ich heute was dazu beitragen aus psychologischer und neurobiologischer Sicht. Und das ist wahnsinnig komplex, was in unserem Gehirn vorgeht. Und habe natürlich da diesbezüglich noch einige Recherchen gemacht. Betrieben? Betrieben, Recherchen betrieben. Genau, und du kannst halt FOMO auf so viele Arten und Weisen irgendwie angehen, definieren, beleuchten. Mein Wunsch wäre, dass heute wahrscheinlich einfach ein bisschen auf die psychologische und neurobiologische Einsicht, Sicht sozusagen einzugehen. Und ich würde gerne mit einer Definition beginnen, weil was ist eigentlich FOMO? Unbedingt, weil ich denke mal, hier ist bestimmt auch der ein oder andere Hörer dabei, der mit dem Begriff noch gar nicht so richtig was anfangen kann. Was ist also eigentlich FOMO? Ja, ich muss aber ganz kurz noch etwas, die für die Leute, die FOMO schon kennen. Es gab hier in Dubai letztens ein Trader-Treffen im Restaurant FOMO. Das war... Ach, stimmt. Das war richtig. Das ist wirklich das Restaurant FOMO hier in Dubai, weil die haben da ein Trader-Treffen sehr anstaltet. Genau mein Humor. Nein, FOMO ist dieser Begriff das erste Mal in den 2000ern aufgetaucht, als beim Aufkommen von Social Media und hat im Prinzip zwei Dinge beschrieben. Einerseits die Angst, etwas zu verpassen. Deswegen auch der Name FOMO, Fear of Missing Out. Ja, das macht Sinn. Oder das Restaurant, ich glaube, es ist ein japanisches, googelt es gerne, gibt uns dazu weitere Infos. Genau, also die Angst, etwas zu verpassen, aber gleichzeitig einen kognitiv ungesteuerten Trieb zu haben, also einen Verstand ausgeschalteten Trieb zu haben, ständig wieder Webseiten zu refreshen oder ständig seine Nachrichten zu gucken. Und das ist wirklich auf neurobiologischer Basis ein Zwischenspiel oder eine Kombination aus Cortisol, dem Stresshormon und Dopamin. Und das ist... Die Zusammenhänge sind auch noch etwas komplexer, als das, wie ich es gerade darstelle. Und die Professorin an der Harvard University, die dort Psychologie unterrichtet, die Frau Dr. Datilu, sie hat einfach noch gesagt, dass es nicht nur ist, die Angst, etwas zu verpassen, sondern die Angst, ausgestoßen zu werden oder beurteilt zu werden. Und das hängt natürlich nicht nur mit Social Media zusammen oder nicht nur mit dem Trading zusammen, sondern es ist eines unserer Ur-Urängste. Und deswegen ist FOMO so fatal. Und da können wir natürlich einerseits jetzt mal auf die Neurobiologie gucken, auf die Psychologie, aber auch ganz spannend finde ich diesen Zusammenhang zwischen tatsächlich, vor was hast du als Trader eigentlich Angst, verstoßen oder abgegrenzt zu werden? Das ist nämlich auch eine ganz spannende Frage. Ja. Ich will das gleich nochmal, ich will da noch ein bisschen näher drauf eingehen mit dieses Thema, was du gerade angesprochen hast. Weil ich denke, das ist nicht unwichtig auch im Trading Zusammenhang tatsächlich so mit unseren Urinstinkten und mit unseren ureigenen Motivationen, warum wir überhaupt anfangen zu traden. Ich bin ja großer Fan von Yuval Noah Harari, der da auch in seinen Büchern auf dieses ganze Thema, was uns Menschen eigentlich von anderen Tieren unterscheidet, eingeht. Und ein ganz zentraler Punkt ist da einfach unsere Fähigkeit halt miteinander zu kommunizieren, da gut kommunizieren können andere auch, aber eben Gemeinschaften zu bilden, uns miteinander auszutauschen und natürlich auch emotionale Bindungen einzugehen. Was natürlich in die verschiedensten, unterschiedlichen Kommunikationsströme ausgeartet ist, Richtung Liebe, Richtung aber auch solche Dinge wie Lästern. Also alles, was wir irgendwo in unserem Alltag vielleicht mehr oder weniger ungewusst so machen, sowohl die positiven Dinge als auch die negativen, haben ja irgendwo alle ihren Ursprung und ihren Sinn auch irgendwo. Also gerade auch dieses, Lästern ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dieses sich miteinander in der Gemeinschaft gegen Außenstehende irgendwo zu verschwören. Verschwören. Ja, ja, doch schon irgendwo. Das ist ja herrlich. Das ist ja eine Eigenschaft, die uns Menschen irgendwo zu eigen ist und die vielleicht heute natürlich total unter einem negativen Licht scheint, aber die zu Ruhezeiten sicherlich irgendwo ihren Sinn hatte, einfach Gemeinschaften zusammenzuschweißen, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, auch wenn damit natürlich wiederum andere ausgegrenzt werden. Aber das ist natürlich das, was so eine menschliche Gemeinschaft auch irgendwo bindet und stark macht und funktionieren lässt. Das ist ganz spannend, was du gerade sagst, weil das, was Lästern ist, ist im übertragenen Sinne das Gefühl von Verachtung. Wenn du über jemanden lästerst, verachtest du die andere Person. Und was verachtest du oder was lehnst du einer Person ab? Und das sind die Werte. Also wir haben Werte und wenn eine Person gegen unseren Wert verstößt, löst es in uns die Verachtung aus und fördert im Prinzip im gesunden Rahmen unser Selbstbewusstsein, sich selbst über unsere Werte bewusst zu sein, sich dann sozusagen in einer Gruppe zusammenzuschließen, die die gleichen Werte haben, gegen eine Person oder eine Personengruppe, die die gleichen Werte nicht vertreten. Das heißt, was sind eigentlich Werte? Werte sind, ja, unsere Werte sind einerseits Bedürfnisse, die wir haben, aber es geht noch weiter als das. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt das Bedürfnis nach einer Pizza habe, ist das Bedürfnis gestillt, wenn ich die Pizza gegessen habe. Wenn ich jetzt aber ein... Das meinte ich mal, wir brauchen nicht. Aber wenn ich jetzt ein Bedürfnis habe nach Pünktlichkeit, es ist mir wichtig, dass ich pünktlich bin, dann ist es nicht nur ein Wert, den ich gerne lebe, sondern ich bewerte damit auch andere. Und wenn jemand nicht pünktlich ist, wird er gegen Leute anecken, die einen Pünktlichkeitswert haben. Also so einfach ist es irgendwie definiert und das ist sozusagen einerseits diese Gruppenbildung, du hast es ganz Spannendes angesprochen. Auf der anderen Seite liegt natürlich diese ganze Kommunikation und Verbundenheit, die wir über Sprache, über Mimik und Gestik, die wir schon angeboren haben, ja, als Menschen uns dazu befähigt, Gruppen zu gründen. Und ich biege jetzt doch nochmal in die Neurobiologie ab. Es ist wirklich, wie gesagt, sehr komplex, was das mit dem Thema FOMO zu tun hat. Gebt mir ein paar Minuten Zeit, euch das zu erklären, weil dieses Verständnis doch umfangreich ist und gleichzeitig auch wahnsinnig wichtig, euch besser zu verstehen. Weil letztendlich werden wir wieder bei der Kommunikation enden. So, FOMO. FOMO ist Stress für unser System. Also grundlegend ist es so, dass wir in unserer Leistungsgesellschaft ein viel zu hohes Stressaufkommen haben. Wir arbeiten viel zu viel, wir machen uns über tausend Dinge irgendwie Gedanken und das löst in unserem Körper eine Überlastung aus und das zeigt sich in Form von Stress. Und wie zeigt sich das neurobiologisch? Wie zeigt sich das in unserer Biochemie, in unserem Gehirn durch Cortisol? Cortisol ist grundsätzlich gut. Ohne Cortisol würdest du morgens gar nicht aufstehen. Du hättest überhaupt gar keine Energie irgendwie in den Tag zu starten. Und ein gesundes Level an Cortisol sorgt für Ordnung und Sicherheit und das ist alles ganz gut. So. Wir sind ja nun mal in der Steinzeit auch auf Jagd gewesen. Und wenn wir so einen Säbelzahntiger gejagt haben, sind wir im Jagdmodus. Das ist ein erhöhtes Stresslevel. Das wäre jetzt nicht so toll, wenn du, keine Ahnung, in der Jogginghose meinst, okay, du streichelst den Säbelzahntiger einfach in den Schlaf zu Tod und dann kochst du ihn. Also du bist auf Jagd und das kannst du im Prinzip übertragen in der heutigen Gesellschaft und in unserem heutigen Lebensstil mit Arbeit oder mit Aktivität, ja. Und dann gibt es die Erwohnungsphase, die Aktivierung des Parasympathikus. Das heißt, du kannst diese beiden Systeme, Nervensysteme auch trennen voneinander, indem du sagst, fight or flight, also entweder bekämpfst du den Säbelzahntiger oder du flüchtest vor ihm oder dann hast du auf der anderen Seite den Parasympathikus und das heißt rest and digest und da verdaust du den Säbelzahntiger sozusagen. Ich weiß an dieser Stelle nicht, ob Menschen wirklich Säbelzahntiger gefressen haben. Ich glaube, es war eher anders. Ja, aber es kommt als nächstes Gleichnis. Vielleicht war man auch immer wieder mal auf der Jagd nach dem Säbelzahntiger. Genau. Aber wo wollte ich drauf hinaus? Also und in der heutigen Gesellschaft ist es aber so, dass wir nicht, was gesünder wäre für den Menschen. Ich glaube, Harari hat das auch gesagt, für was eigentlich der Mensch gemacht ist, wie viel Stress er eigentlich seinem Organismus überhaupt antun darf. Und das hat ungefähr ein Verhältnis zwischen 70 und 30. 70 Prozent Erholung, 30 Prozent auf die Jagd gehen und Stress haben oder in Aktion sein. Und das macht heutzutage, also wer 70 Prozent rumchillt in der Liege macht, hat entweder sehr, sehr vieles richtig gemacht. Oder sehr, sehr vieles falsch, genau. Ja, und wieso kommt es jetzt dazu, dass wir Menschen dazu neigen oder dieses Verhältnis komplett umzudrehen? Die Frage ist ja, was hat vielleicht auch dazu geführt, dass wir jetzt 70 Prozent aktiv sind und 30 Prozent nicht aktiv? Und das ist meiner Meinung nach tatsächlich in unserer Leistungsgesellschaft wieder mit dem Wert verbunden, wer leistet, ist etwas wert. Wer nicht leistet, ist nichts wert. Und somit kannst du selbst auch in unserer Leistungsgesellschaft als Arbeitsloser unfassbar viel Stress haben, weil du diesem gesellschaftlichen Wert, erst wenn ich etwas leiste, bin ich etwas wert, dagegen verstößt und sozusagen ausgestoßen bist aus einem gesellschaftlichen Wert. Und das sorgt im Organismus für unfassbaren Stress. Einerseits diese soziale Ausgrenzung und andererseits einfach mit unserer Leistungsgesellschaft diesen ständigen Drang danach, sich beweisen zu müssen, damit man etwas wert ist. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade noch sagen auf deine Frage, wie konnte es passieren, dass wir dieses Verhältnis von 70, 30 umdrehen konnten? Kapitalismus. Oh Gott, auf alles. Komm, mach deinen Opa glücklich. Schieß gegen den Kapitalismus. Nein, 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 nein. Ich bin, ich bin, ich komme tatsächlich, ich bin ja, ich bin ja im Osten geboren und ich, meine Opa ist straffer Kommunist auf jeden Fall. Ich bin, also ich persönlich bin in einem sehr, sehr linken Milieu groß geworden und also ich bin, heutzutage sehe ich natürlich vieles etwas anders. Ich würde mich selber auch definitiv als Kapitalist bezeichnen. Aber es gibt natürlich auch viele Dinge, die da Kapitalismus so nützlich bringt, die sicherlich zweifelhaft sind und ja, in Zukunft verbesserungswürdig. Aber gut, das ist ein großes, großes anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Ich will noch einmal ganz kurz darauf eingehen und wenn wir zu viel Stress in unserem Körper haben, was passiert? Wir waren jetzt ja gerade beim Säbelzahntiger, ja? Das heißt normalerweise, wenn du so als normaler Mensch in der Ursteinzeit durch die Gegend gepirscht bist, bist du eigentlich im relativ entspannten Modus. Plötzlich siehst du irgendwo in der Ferne einen Säbelzahntiger und dein Gehirn schaltet sofort um und zwar auf den Urinstinkt Fight or Flight, von dem ich gerade gesprochen habe. Und du wirst, dein ganzer Körper wird in Alarmbereitschaft gesetzt. Alle verfügbare Energie wird nur darauf ausgesetzt, diesem Säbelzahntiger zu entfliehen. So, in dem Moment schaltet komplett dein Gehirn aus und du bist auf dem nächsten Baum. Genau. Das passiert leider halt auch heutzutage, wenn du unter chronischem Stress leidest, wenn du nicht mehr entspannen kannst, wenn du enorme Gedankenkarusselle in deinem Kopf rumkreisen, hast du einfach chronischen Stress. Dass dein Gehirn, der Part, der präfrontale Kortex hier direkt hinter unserer Stirn sitzt, der im Prinzip für das logische Denken verantwortlich ist, kann bei den kleinsten Stresssituationen einfach ausschalten. Weil in dem Moment, du hast ein volles Glas voll Stress gesammelt über den Tag oder über Monate überhaupt in deinem Leben oder du bist gerade unfassbar angespannt. Und dann kommt das Trading hinzu, der kleine Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, kommt noch mit rein. Dein Verstand schaltet aus und du machst Trades, feuerst diese ab, hintereinander weg, brichst alle Regeln und wunderst dich später, dann, wenn der Organismus sich wieder beruhigt hat, warum du das eigentlich getan hast, warum du das gerade getan hast. Und das ist, wie gesagt, evolutionär bedingt und bedingt durch chronischen Stress, Cortisol, das Angst auslöst. Und jetzt kommt die andere Komponente hinzu, die ist nämlich noch viel mieser und das ist nämlich Gier. Wenn wir ganz, ganz viel Stress haben, glauben wir mit, wie nennt man das nochmal, mit einem Quick-Fix. Genau, also dass du eine kleine Sache brauchst, um dich aus dieser Situation wieder raus zu manövrieren. Und das ist die Gier danach, den Trade zu machen, Geld zu verdienen, im Prinzip sagst du dir dann vielleicht irgendwelche Sachen wie, jetzt möchte ich auf jeden Fall 1.000 Euro am Tag haben, 5 oder was weiß ich, was du dir da für Ziele gesetzt hast. Und du bist angetrieben dadurch, dass du so gestresst bist in deinem System, so viel Cortisol in dir ist, dass du Dopamin brauchst, um ganz kurz aus diesem Stress wieder eine Erleichterung zu empfinden. Wo Fülle ist, verschwindet Gier. Das heißt, wo Leere ist, Stress, wo du komplett ohne jegliche Ressourcen bist, also wirklich am Ende deiner Kräfte bist, glaubst du, dass ein einfaches Mittel wie das Trading oder der Schokoladenkuchen oder die neue Handtasche im Schaufenster oder der neue BMW dir ganz kurz diese Leere füllen kann. Und deswegen ist es so schwierig, wenn du nicht auf dich achtest und mit chronischem Stress dich ans Trading sitzt, weil du in diesem Zusammenhang immer das Spielball bist zwischen Angst und Gier. Ich würde einmal gerne jetzt den Bogen so ein bisschen zurückfinden zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich diesem menschlichen Grundbedürfnis nach Gemeinschaft, was vielleicht irgendwo zugrunde liegt, was all diese Spirale, nenne ich es jetzt mal, überhaupt auslöst. Weil letzten Endes steht ja irgendwo ein Grundbedürfnis dahinter, hinter diesem ganzen Handeln und hinter diesen teilweise irrationalen Entscheidungen, die wir dann im Trading letzten Endes treffen, die uns dann wiederum zu diesem einen Tag führen, über den wir ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht haben. Absolut, ja. So und das ist eben natürlich, da solltet ihr einmal vielleicht in euch gehen und euch die große Frage stellen, warum mache ich das eigentlich alles hier, warum tue ich mir das eigentlich alles an? Was ist so meine Grundmotivation im Trading und du hast es gerade schon angesprochen, es ist ja gar nicht mal immer, und wir sehen es ja auch bei unseren Kunden, ich habe eigentlich selten Leute, die zu mir kommen und sagen, ich will hier irgendwie schnell reich werden. Aber trotzdem haben sie ja alle irgendwo eine Grundmotivation und die ist ja bei uns irgendwo tief gesellschaftlich, evolutionär verwurzelt und da ist es glaube ich ganz wichtig, irgendwo seine Bedürfnisse und seine Motivation in Einklang mit der Realität irgendwo zu bringen und dem, was realistisch möglich ist. So ich, also ich habe, ich führe ja immer viele, viele Vorgespräche, so viel mit den Interessenten, die sich so für unsere Ausbildung interessieren und ich bin sehr froh, dass wir da offensichtlich es irgendwie geschafft haben, schon die Leute anzusprechen, die schon mit einer bodenständigeren und realistischen Haltung in die ganze Sache ran, nichtsdestotrotz haben viele natürlich immer noch so den Wunsch, hauptberuflich Daytrader zu werden, wo ich den Leuten auch immer sage, das ist, das ist auch total in Ordnung, dass ihr den Wunsch habt. Das ist auch irgendwo ein Ziel, was man sich stecken kann, nur ihr müsst immer bedenken von vornherein, 95% aller privaten Trader verlieren Geld an der Börse. Klar, von diesen 95% gehen die meisten eh mit völlig unrealistischen Erwartungshaltungen und mit völlig falschen Strategien an die Sache ran, dass es jetzt nicht die Schuld des Trading ist, sondern in der Regel die Schuld der Trader. Aber was viel wichtiger ist, was die Leute einmal, glaube ich, realisieren müssen und worüber keiner gerne spricht, gerade bei uns in der Coaching-Branche, ist so dieser Fakt, dass von diesen 5%, die da übrig bleiben, die das Geld verdienen, sind es wiederum maximal 5%, die das Ganze hauptberuflich machen, wirklich nur vom Trading leben, das ist ein minimaler Teil aller Trader, die dieses Ziel jemals erreichen und wirklich schaffen. Und wie du immer sagst, das ist aber unterm Strich auch nicht schlimm. Wir müssen nicht Robert Lewandowski sein und in der Champions League spielen, um als Trader glücklich zu sein. Das reicht, wenn wir irgendwo hinten links beim HSV in der zweiten Liga kicken und damit auch gutes Geld verdienen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns dann wieder hin zu diesen Mustern führt, die wir als Trader gerne mal entwickeln. Nämlich dieses unglaubliche Bedürfnis, sich, Stichwort Social Media, irgendwo mit anderen zu vergleichen. Und da rennen irgendwelche Trader rum, man weiß natürlich nie, ob die echt sind oder nicht, aber da rennen vermeintlich irgendwelche Trader rum, die fahren mit dicken Kettenkarren durch Dubai, wir hören sie hier unten immer. Die Jungs geben richtig Gas, da sind alles Trader. Aber sie kommen nicht voran, sie machen immer nur diesen Motor, die sie an, 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 rrrrm, rrrrm, rrrrm. Das sind alles Frader da unten, die da mit den Lammungsrichtlinien gefahren. Nein, ernsthaft. Alles ist immer Staub. Aber ihr wisst, was ich meine. Man vergleicht sich dann mit irgendwelchen Leuten, die vermeintlich irgendwie 80.000, 90.000 Dollar Trails am Tag machen. Ja. Und die gibt es, das will ich gar nicht sagen. Aber Leute, das sind, das sind absolute, das sind absolute Riesenausnahmen. Und lasst euch von Afel keinen erzählen, dass es selbstverständlich ist, dass das jeder erreichen kann und das jeder lernen kann. Und das ist aber auch überhaupt nicht, nicht notwendig. Und letzten Endes geht es darum, erstmal überhaupt zu diesen 5% zu gehören, die das Geld verdienen. Und das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, auf Biegen und Brechen zu versuchen, möglichst schnell, möglichst viel, möglichst, oder überhaupt erstmal möglichst schnell zum Ziel zu kommen und dann möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen. Und das, was der, Entschuldigung, das ist auch der letzte Gedanke, den ich da noch irgendwie zu äußern will. Der uns dann letzten Endes dazu neutet, wie machen die Leute das, was du vorhin schon gesagt hast. Wir sind darauf ausgelegt und das kennen wir natürlich auch so aus dem normalen, in Anführungsstrichen, Berufsleben. Je mehr Leistung wir in etwas reinstecken, je aktiver wir sind, je mehr Motivation, Ehrgeiz wir in etwas reinstecken, desto schneller kommen wir zum Ziel. Aber an der Börse ist halt eben meistens das Gegenteil der Fall. So, und stellt euch mal die einfache Frage, wie ruinieren die meisten Trader eigentlich ihre Konten? So, die meisten privaten Trader ruinieren ihre Konten ganz einfach, indem sie immer wieder gegen den Trend Konterpositionen aufbauen. Und versuchen Reversals zu traden, ihren Stop weiter zu verschieben und immer wieder in fallende Kurse reinkaufen oder in steigende Kurse reinverkaufen. So, und das ist einfach ein Strudel daraus. Und steigendes Weg ist, um jetzt mal einen praktischen Tipp mit an die Hand zu geben, die einfachste Lösung, mit der ihr diesem Problem vorbeugen könnt, ist die einfache Strategie, nur einen einzigen Trade am Tag zu machen. Punkt. Danach ist Feierabend. Und einfach geduldig auf diese Gelegenheit zu warten und dann ist Schluss. Klar, das widerspricht unseren Gedanken, wir wollen ja möglichst schnell möglichst viel Geld verdienen. Und das werden wir so natürlich höchstwahrscheinlich nicht unbedingt, aber ihr bewahrt euch einfach von vornherein vor diesen Fonostrudeln. Naja, oh Gott, es gibt schon so viele Richtungen, die man wieder abwägen kann, aber das ist super, es ist super schwierig. Also erstmal, nur einen Trade pro Tag hat ja das mit Selbstkontrolle zu tun. Selbstkontrolle bedeutet aber, hier vorne ist der präfrontale Kortex, euer Verstand, halt immer noch aktiv. Wie gesagt, Verstand und Emotionen sind antikorreniert, wenn große Gefahr droht und dann schaltet der Verstand aus und ihr rennt auf den nächsten Baum. Und im Trading übertragenen Sinne ist es, ihr gebt nicht nur den einen Trade ein, sondern zwei, dann drei, dann vier, dann fünf, bis das Konto gestrottet ist oder ihr noch hofft oder glaubt, dass sich dieser ganze Kurs gedreht hat. Sozialer Vergleich, das ist auch wieder ganz spannend und dann kommen wir wieder zu dem Anfang, zu dem wir gesprochen haben. Dieses Gemeinschaftsgefühl. Und da sprechen wir von Oxytocin. Eine Mutter, die ihr Baby im Arm hält, hat einen erhöhten Oxytocin-Spiegel, das ist das Kuschelhormon, wird es als solches beschrieben. Es ist aber auch ein Neurotransmitter, der bei uns im Gehirn rum kommuniziert. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Du sitzt dort und bist am Traden und bist vielleicht in einer Trading-Ausbildung und der Trader zeigt dann auf Social Media und in Vorgesprächen, wie groß sein Konto ist und wie es für große Trades er halt irgendwie abwirft. Was komplett schädlich ist für jeden einzelnen Schüler, weil man der Vergleich nur dazu führt, dass du glaubst, dass das eine richtig ist und dass du nur zufrieden sein wirst, wenn du halt auch deine 80.000 Trades, dein 80.000 Trade irgendwie am Tag gemacht hast. Was bedeutet, du möchtest unbedingt zu den Tradern gehören, die profitabel sind, aber zwischen ich verliere kein Geld an der Börse, was schon mal der erste Schritt über die Schwelle ist, zur Profitabilität zu den großen 5% an der Börse und hin zu 80.000 Euro Trades am Tag, da ist noch ganz, ganz viel. Also es gibt ja noch etwas anderes als, keine Ahnung, SV Altona und Real Madrid. Also es gibt ja einfach Teutonia-Altona, glaube ich, heißt es. Verdammt, ich komme fast aus Altona und weiß überhaupt nicht mehr, welcher Verein da kippt. Teutonia-Altona. Ich glaube, Teutonia hört sich gut an. Ja, ich hoffe, das ist Teutonia-Altona. Na gut, das bedeutet, alles, was von dieser Vorstellung abweicht, bedeutet, du hast versagt. Also alles unter einen 80.000 Euro Trade am Tag ist halt scheiße. Das bedeutet, es löst in dir aus, scheiße, ich gehöre nicht dazu, ich schäme mich dafür und ich bin ausgegrenzt, weil ich möchte doch unbedingt zu den großen, profitablen Tradern gehören. Darüber wird aber, da du dich so darüber schämst und in den meisten Trading-Communities immer darum geht, dass alle ihre Gewinner-Trades posten, aber Trading ist nun mal kein Sprint, sondern ein Marathon. Es ist überhaupt nicht, vielleicht hast du immer deine 80.000 Trade am Tag, aber schaffst du das halt auch über fünf Jahre? Schaffst du so eine Performance, über was für eine Performance sprechen wird? Es gibt auch Verlierertage und es kommt darauf an, wie viel du vielleicht denn doch tradest und vielleicht machst du doch nicht nur einen Trade pro Tag, sondern irgendwann drei Trades pro Tag. Aber es geht halt immer darum, wie viel habe ich eigentlich noch in meiner Biochemie zwischen Verstand und Emotionen eigentlich noch eine Kontrolle? Und ich muss mich als Trader an meinen Maßstäben messen und nicht an äußeren Maßstäben. Und deswegen auch die Frage, was du gesagt hast, weswegen trade ich eigentlich, dass viele meinen, wenn sie eine Summe X im Trading erreicht haben, sind sie reich und dann haben sie es erreicht. Aber was hast du denn erreicht, wenn du reich bist? Du musst denn auch nochmal unterscheiden zwischen äußeren Zielen, die du im Außen halt festmachst, was halt schwierig ist, weil wenn das Leben ist nun mal so, dass Dinge passieren und ein äußeres Ziel nur auf eine einzige Situation festzumachen, ist halt eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Also wie wäre es denn zu sagen, ich möchte gerne ein profitabler Trader sein? Ich möchte im ersten Schritt so viel mit dem Trading verdienen, dass ich in Teilzeit meinen jetzigen Job runterfahren kann und dann auch immer wieder zu überprüfen, will ich das überhaupt und was ist da eigentlich dieses zusätzliche Geld, das ich mit Trading ja verdienen kann mit weniger Arbeit und mehr Ertrag? Möchte ich dadurch meine Familie unterstützen? Möchte ich schöne Urlaube machen? Das sind ja genau die Dinge, die dahinter stehen. Aber manchmal ist es halt, und deswegen sage ich Leistungsgesellschaft, dass man dann irgendwie sich so in den Kopf gesetzt hat, ich muss jetzt eine Million im Jahr machen, weil dann bin ich ganz großartig ein grandioser Trader und ich habe einen Selbstwert dann mir erarbeitet, weil mich alle dann applaudieren. Wenn ich in Dubai mit einem großen Ferrari durch die Gegend fahre, beziehungsweise stehe, weil hier ist sehr viel Stau, wie gesagt, und einfach wild um mich herum rupe. Ja, schwierig. Also ich glaube, die Antwort liegt eigentlich schon nahe, dass du auch deine Träume hinterfragen solltest und nicht irgendwie sagen sollst du inflationär, ich will reich sein, ich möchte den Weltfrieden. Ja, was bedeutet das genau für dich? Was bedeutet das konkret für dich? Ziele, deine Ziele, was möchtest du erreichen? Und du schützt dich dann davor, um nicht irgendwelchen Vorbildern hinterher zu eifern, die dich emotional ins Verderben treiben. Eine kleine Sache nochmal dazu, weil ich Trading Communities angesprochen habe, die immer nur ihre tollen, großartigen Trades dann posten und wenn jemand nicht dazu gehört und eine Frage hat, im Prinzip von oben nach unten gepickt wird. Ja, wenn du keinen Raum dafür hast, darüber zu sprechen, dass du vielleicht mit FOMO ein Problem hast, dass du deine eigenen Regeln nicht einhalten kannst, weil dein Kopf ausschaltet in dem Moment und ich habe euch gerade erklärt, in dem Moment ist euer Stresslevel einfach zu hoch und dann scheidet einfach euer Verstand aus. Das ist total natürlich und es ist total normal und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, sich selbst das einzugestehen, nicht sich dafür zu schämen, sondern von dort aus weiterzugehen und auch offen darüber zu sprechen. So, weil offen darüber zu sprechen und zu kommunizieren, löst in uns Oxytocin aus, wie bei der Mutter, die ihr Baby im Arm hat. Das ist das Kuschelhormon, das ist der Binde, Neurotransmitter für Gemeinschaft und was geile ist, was Oxytocin macht, es senkt den Kortisolspiegel in unserem Organismus, bedeutet weniger Stress, weniger Glas im Wasser, wo mehrere Tropfen nun reinkommen können an Stress, bevor das Glas überläuft, mehr Gehirn für Trades und dann kannst du auch deine Regeln einhalten. Ja, also Conclusio, Stress ist unser Feind im Trading und wenn ich jetzt mal von mir selber ausgehe, den höchsten Stress habe ich und auch nach wie vor, das ist nicht so, dass das irgendwann weggeht komplett, wir sind nun mal emotionale Wesen und das lohnt sich auch nicht dagegen zu kämpfen, sondern ihr werdet immer emotionale Wesen bleiben und das ist auch gut so. Also den höchsten Stresslevel habe ich, wenn mein erster Trade am Tag ein Verlierer geworden ist und dann fange ich an Fehler zu machen oder Anjas, dann bin ich deutlich fehleranfälliger als vorher noch. Das heißt eigentlich, den neutralsten Status, glaube ich, den ihr gerade als Anfänger im Trading erreichen könnt, ist einfach vor dem ersten Trade. Ihr seid vor dem ersten Trade immer am neutralsten, am objektivsten und das ist gut. Deswegen ist in der Regel der erste Trade derjenige, den ihr mit der höchstmöglichen Professionalität annehmen könnt. Und deswegen würde ich euch nach wie vor ans Herz legen, bei diesem, zunächst einmal, diesem einen Trade zu bleiben. So und wenn ihr jetzt der Meinung seid, dass es sich nicht lohnt, für einen Tagesgewinn von 50 oder 100 Euro den Rechner anzumachen und ich sage euch an dieser Stelle, das werden wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich die Preisbereiche sein, irgendwas zwischen 50 und 500 Euro am Tag maximal, in denen ihr in den ersten Jahren eurer Trading-Karriere denken werdet. So, findet euch damit ab. So, wenn ihr der Meinung seid, dass es sich dafür nicht lohnt, morgens aufzustehen und den Rechner anzumachen, dann macht euch Gedanken darüber, ob Trading das Richtige für euch ist. Klar, man kann viel Geld im Trading verdienen und man kann auf lange, lange Sicht sicherlich auch mehr Geld als das verdienen, völlig, völlig logisch. Ja. Aber nur die allerwenigsten kommen da hin. Ganz realistisch, das ist einfach ein Fakt, das ist eine Statistik, das ist eine Zahl, so da müssen wir nicht drum herum reden. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ihr da nicht hinkommt, es reicht, überlegt doch mal, rechnet doch mal hoch, wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr eure, gehen wir mal von 200 Euro am Tag aus, irgendwie, das sind 4000 Euro. Ja. Das ist ein solides, durchschnittliches Monatsgehalt, so. Ist es euch das wert, euch eine Stunde am Tag an den Rechner zu setzen oder nicht? Das muss natürlich jeder für sich beantworten. Ja, du musst auch einfach davon ausgehen, dass wir jetzt von diesen Summen sprechen, wie du sagst, es sind die Leute, die an der Börse anfangen gerade, die wieder nicht das große Geld auf der Seite halt haben, dann sollen sie auch mit diesen realistischen Zahlen halt umgehen. Du kannst natürlich, je mehr Geld du hast und solche Sachen ist natürlich klar, dass du selbst auch nur mit einem Trade auch weitaus mehr machen kannst und auch irgendwann wirst du auch nicht nur einen Trade mehr am Tag machen. Aber vielleicht ist das so als Vorbildsregel einfach eine, ist einfach eine ganz gute Sache, die man sich erstmal bewusst werden sollte, wie du gesagt hast, sich zu hinterfragen, ist es mir das wert? Und ich denke mal, das sollte mit einem großen Ja beantwortet werden. Wenn mal überhaupt, es sollte ja auch nicht einfach nur der finanzielle Hintergrund sein mit dem Trading-Anfall, sondern das sage ich auch den Leuten immer, gerade Daytrading, Spring-Trading ist nochmal was anderes, aber gerade Daytrading, wenn ich da nicht von vornherein bei den Leuten eine gewisse Passion, Leidenschaft und Hingabe für die Sache entdecke, dann kann ich den Leuten von vornherein sagen, lasst es, es ist einfach ein zu langer Weg, um ihn durchzuhalten, wenn man das nicht wirklich intrinsisch will, unabhängig von der ganzen monetären Motivation. Noch einmal ganz kurz zu dem ersten Trade am Tag. Und zwar, das, was du beschreibst, nennt sich Refraktärzeit. So, wenn du den Tag startest mit einem Verlierertrade, dann ärgerst du dich darüber, vielleicht bist du ängstig, auf jeden Fall löst das in dir irgendeine unangenehme Emotion aus. Und diese Emotion ist eigentlich von kurzer Dauer. Die ist kurz da, poppt auf und ist dann sozusagen im vergangenen Moment. Das Problem ist aber, dass dein Organismus, sagen wir mal, es ist Angst, ein, zwei Stunden noch darauf getrimmt ist, einen Filter aufzulegen und nur die Angst wahrzunehmen, beziehungsweise die Gefahr wahrnehmen zu können. Und somit kannst du nicht objektiv neutral traden. Kannst du sowieso nicht, wenn wir, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil wir immer durch die Brille unserer Vergangenheit in die Gegenwart gucken und all unsere Erfahrungen auf den jetzigen Moment projizieren. Aber deswegen ist es wichtig und als geübter Trader, es ist ja auch so, was du ja mittlerweile machst, wenn du halt ein so ein, mit einem, das ist ja Fehltrade, das ist ja nicht, mit einem Verlierertrade am Tag startest, ist eine Pause zu machen. Einfach das Wissen darum, dass dein Organismus, du bist halt nun mal aus, aus Organen gestrickt. Wir sind jetzt ja keine Maschinen. Dass dein Organismus das einfach braucht. Eine Pause. Und dass du dich erst wieder ransetzt, wenn du merkst, dein Herzschlag hat sich beruhigt, du bist wieder wirklich auf einem normalen Ausgangslevel. Genau. Ja, schönes Schlusswort, auf jeden Fall. In diesem Sinne, one trade a day keeps the doctor away. Merkt euch das. So, so. Vielen Dank, Gebimani. Schön, dass du mal wieder da warst. Spannendes Thema. Wir werden sicherlich noch häufiger darüber sprechen, denn es gibt noch so viel zu erzählen. Mhm. Also ich würde auch noch mal eine Sache sagen. Ich werde jetzt anfangen, einen, ja, auf unserem YouTube-Kanal eine Serie zu starten über Trading-Psychologie. Und da werde ich auch auf FOMO nochmal konkreter eingehen, auf die Neurobiologie und die ganze Chemie, die dahinter steht. Aber auch mit praktischen Tipps, was ihr wirklich auch machen könnt, um euren Stress zu reduzieren. Im Moment des Tradings, in Vorbereitungen, vor dem Trading. Und natürlich auch sprechen wir über Werte, wie ihr ja erfahren habt, bewerten wir somit unser Gegenüber und somit auch das Trading. Und es wäre ganz gut, da auch mal eine andere Perspektive einzunehmen, damit man sich ständig Emotionen um die Ohren fliegen, die wir vielleicht gar nicht in dem Moment gerne haben möchten. Das klingt gut. Also schaut gerne mal hin und wieder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Es werden bald neue Inhalte kommen. Ich bin schon sehr gespannt, was Marni da zaubern wird. Wir verabschieden uns für diese Woche, hören uns in zwei Wochen am Mittwoch wieder. Und in diesem Sinne wünschen wir euch allen erfolgreiche Trades. Bleibt gesund und bis bald. Macht's gut. Tschau. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsen-Crash-Kurs.